Hast du dich jemals über die faszinierenden Zusammenhänge zwischen Sexualität, Gesundheit und Glück gewundert? In unserem heutigen Video tauchen wir tief in die faszinierende Welt der menschlichen Sexualität ein und enthüllen überraschende Erkenntnisse über ihre Auswirkungen auf unser körperliches und emotionales Wohlbefinden. Von den unerwarteten gesundheitlichen Vorteilen der Masturbation bis hin zu den kraftvollen Effekten der Endorphine, die bei einem Orgasmus freigesetzt werden. Dieses Video ist voller wertvoller Einsichten, die dich informiert und inspiriert zurücklassen werden. Begleite uns, während wir das faszinierende Zusammenspiel zwischen sexuellem Verhalten und allgemeinen Gesundheitsresultaten erkunden. Entdecke, wie das Umarmen sexueller Freude zu einem glücklicheren und gesünderen Leben führen kann. Bleib bis zum Ende dabei, um zu erfahren, wie du diese Erkenntnisse in dein eigenes Leben integrieren kannst, um mehr Erfüllung und Wohlbefinden zu erreichen. Du willst keinen einzigen Moment dieser aufschlussreichen Reise verpassen. Wenn du noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Bevor wir beginnen, würde ich mich über deine Unterstützung freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir helfen, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Wenn dir das Thema dieses Videos gefällt, kommentiere bitte die Nummer 1. Wenn nicht, kommentiere bitte die Nummer 0, damit ich ein besseres Video für dich machen kann. Nun lass uns anfangen. Laut verschiedenen Studien und dokumentierten Berichten wurde eine außergewöhnliche Leistung in der sexuellen Physiologie beobachtet, als ein Mann in nur einer Stunde erstaunliche 134 Orgasmen erreichte. Dieses bemerkenswerte Ereignis steht als Zeugnis für die komplexen und bemerkenswerten Fähigkeiten der menschlichen sexuellen Reaktion und zeigt die außergewöhnlichen Möglichkeiten des menschlichen Körpers unter bestimmten Bedingungen auf, während es die Variabilität sexueller Erfahrungen bei verschiedenen Individuen hervorhebt. Darüber hinaus haben aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen interessante Einblicke in die möglichen Hautpflegevorteile von Sperma geliefert. Es wurde festgestellt, dass Sperma-Proteine enthält, die angeblich gegen Falten wirken, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden. Diese Proteine sollen zur Verjüngung und Anti-Aging-Effekten beitragen und bieten eine neuartige Perspektive auf unkonventionelle Hautpflegepraktiken, die biologische Substanzen in die kosmetische Wissenschaft integrieren. Im weiten Bereich menschlicher sexueller Aktivität unterstreichen beeindruckende Statistiken die enorme Dimension und Vielfalt. Weltweit wird geschätzt, dass täglich mindestens 100 Millionen Akte des Geschlechtsverkehrs stattfinden, was die allgegenwärtige Natur menschlicher sexueller Ausdrucksformen über Kulturen und Kontinente hinweg veranschaulicht. Darüber hinaus sind zu jedem gegebenen Zeitpunkt etwa 65.000 Paare weltweit in den intimen Akt der Liebesbeziehung vertieft, was die universellen und nuancierten Ausdrucksformen menschlicher Intimität und Begehrde betont. Diese Erkenntnisse erhellen nicht nur die physiologischen Feinheiten der menschlichen Sexualität, sondern bieten auch Einblicke in ihre kulturellen, sozialen und psychologischen Dimensionen. Sie unterstreichen die tiefgreifende Auswirkung sexueller Erfahrungen auf das Wohlbefinden und die Beziehungen von Individuen sowie deren Bedeutung für wissenschaftliche Untersuchungen und die öffentliche Gesundheit. Durch die Erkundung solcher facettenreichen Aspekte gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die Komplexität der menschlichen Sexualität und ihre dynamische Rolle bei der Gestaltung menschlicher Interaktionen und Wahrnehmungen weltweit. Es wird allgemein beobachtet, dass Frauen tendenziell von Männern mit tiefen, rauchigen Stimmen angezogen werden. Solche Stimmen vermitteln oft ein Gefühl von Selbstbewusstsein, ohne dabei übermäßig aggressiv zu wirken. Diese Vorliebe deutet auf die komplexe Beziehung zwischen Stimmklang und wahrgenommenen Persönlichkeitsmerkmalen im Bereich der Anziehung hin. Der resonante Klang einer tiefen Stimme kann Eigenschaften wie Stärke und Autorität hervorrufen, die viele in potenziellen Partnern ansprechend und beruhigend finden. In einer faszinierenden ernährungswissenschaftlichen Offenbarung hat die wissenschaftliche Forschung gezeigt, dass ein einziger Teelöffel Sperma etwa sieben Kalorien enthält. Dieses unerwartete Detail beleuchtet die biochemische Zusammensetzung von Samenflüssigkeit und ihre möglichen Implikationen für dietetische Überlegungen. Auch wenn dies in der täglichen Ernährung keine signifikante Kalorienquelle darstellt, unterstreicht diese Tatsache die Vielfalt biologischer Substanzen und ihre Rolle für die menschliche Gesundheit, indem sie eine einzigartige Perspektive auf den Nährwert von Körperflüssigkeiten bietet. Ein weiterer faszinierender Aspekt der menschlichen Anziehung dreht sich um die Häufigkeit des Lächelns. Im Gegensatz zu gängigen Annahmen finden Frauen oft Männer, die seltener lächeln, attraktiver als ihre fröhlicheren Zeitgenossen. Diese Präferenz deutet auf eine nuancierte Wahrnehmung von Gesichtsausdrücken und deren Zusammenhang mit zugrunde liegenden Persönlichkeitsmerkmalen hin. Ein zurückhaltendes Lächeln kann Geheimnis oder Tiefe suggerieren Qualitäten, die Menschen ansprechen und faszinieren können, die nach tiefergehenden Verbindungen suchen, die auf wahrgenommener emotionaler Komplexität basieren. Diese Erkenntnisse über Stimmpräferenzen, ernährungswissenschaftliche Details und Gesichtsausdrücke bereichern nicht nur unser Verständnis von menschlicher Anziehung, sondern heben auch die facettenreiche Natur zwischen menschlicher Dynamiken und die unterschiedlichen Faktoren hervor, die persönliche Vorlieben beeinflussen. Sie verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel von Biologie, Psychologie und sozialen Dynamiken bei der Gestaltung romantischer und zwischenmenschlicher Erfahrungen über kulturelle Kontexte hinweg. Auf einer physiologischen Ebene zeigt sich, dass längere sexuelle Inaktivität mit möglichen Reduzierungen der Penisgröße in Verbindung gebracht wird. Diese interessante Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung regelmäßiger sexueller Aktivität für die Aufrechterhaltung optimaler sexueller Gesundheit und Funktion. Sie hebt das komplexe Zusammenspiel zwischen sexuellem Verhalten und anatomischen Merkmalen hervor und deutet darauf hin, dass eine kontinuierliche sexuelle Aktivität dazu beitragen kann, physiologische Dimensionen aufrecht zu erhalten, die mit sexueller Leistung verbunden sind. Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass Frauen im Vergleich zu Männern ein ausgeprägteres Geruchsempfinden besitzen, insbesondere während des Eisprungs, wenn die sensorische Schärfe ihren Höhepunkt erreicht. Diese gesteigerte olfaktorische Sensibilität kann eine entscheidende Rolle bei der Partnerwahl und reproduktiven Verhaltensweisen spielen. Sie verdeutlicht die facettenreiche Natur menschlicher sexueller Anziehung und deutet darauf hin, dass sensorische Wahrnehmungen, einschließlich des Geruchs, zu den komplexen Dynamiken beitragen, die reproduktive Entscheidungen und Partnerpräferenzen beeinflussen. In einer bemerkenswerten Demonstration körperlicher Fähigkeiten gibt es die bemerkenswerte Behauptung, dass eine Frau beeindruckende 1,4 kg mit ihren vaginalen Muskeln gehoben hat, eine Leistung, die den antiken griechischen Traditionen zugeschrieben wird. Diese außergewöhnliche Leistung fügt den Diskussionen über sexuelle Stärke und körperliche Fähigkeiten eine faszinierende Dimension hinzu und spiegelt kulturelle Narrative wider, die außergewöhnliche Leistungen der Körperbeherrschung und Kraft feiern und hervorheben. Darüber hinaus sind auch die kulturellen Einstellungen der antiken Griechen zur Sexualität bemerkenswert. Berichten zufolge engagieren sich etwa 87% der Griechen mindestens einmal pro Woche in sexueller Aktivität. Diese Statistik gibt Einblick in historische und kulturelle Perspektiven auf Sexualität und verdeutlicht die Bedeutung, die verschiedenen Gesellschaften der sexuellen Gesundheit, Zufriedenheit und Vitalität beimessen. Sie unterstreicht, wie kulturelle Normen und Einstellungen zu sexuellen Praktiken Wahrnehmungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit sexueller Gesundheit und Wohlbefinden prägen. Diese Erkenntnisse über sexuelle Physiologie, sensorische Wahrnehmung und kulturelle Praktiken vertiefen nicht nur unser Verständnis der menschlichen Sexualität, sondern heben auch die vielfältigen Faktoren hervor, die sexuelle Verhaltensweisen und Einstellungen in verschiedenen Kontexten und historischen Perioden beeinflussen. Sie verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel von Biologie, Kultur und individuellen Erfahrungen bei der Gestaltung sexueller Normen, Praktiken und Wahrnehmungen weltweit. Eine faszinierende Erkenntnis aus der wissenschaftlichen Forschung liegt nahe, dass scheinbar alltägliche Accessoires wie Sonnenbrillen die Attraktivität eines Mannes in den Augen einer Frau erheblich steigern können. Dieses kurbenreiche Phänomen unterstreicht den subtilen, aber wirkungsvollen Einfluss äußerer Faktoren auf die wahrgenommene Attraktivität und hebt die komplexen Dynamiken hervor, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen. Die Verwendung von Sonnenbrillen kann Vertrauen, Geheimnis oder Stil symbolisieren, was den Vorlieben potenzieller Partner entsprechen kann. Zusätzlich werfen Erkenntnisse aus einer Umfrage von 2012 ein Licht auf die Vorlieben im sexuellen Verhalten von Briten und zeigen, dass eine signifikante Mehrheit, 60%, es bevorzugt, sexuelle Aktivitäten bei ausgeschaltetem Licht zu erleben. Diese Vorliebe spiegelt individuelle Komfortlevel und Wahrnehmungen von Intimität wieder und zeigt die Vielfalt der Präferenzen innerhalb sexueller Beziehungen sowie die Art und Weise, wie Umweltfaktoren den sexuellen Ausdruck und Komfort beeinflussen können. In einer überraschenden Wendung gibt es eine provokante Behauptung, die nahe liegt, dass eine Frau, die Oralverkehr mit ihrem Partner praktiziert, möglicherweise ein höheres Maß an Beziehungszufriedenheit anzeigt als alleiniger badinaler Geschlechtsverkehr. Diese Aussage stellt traditionelle Vorstellungen von sexuellem Vergnügen und Erfüllung in Frage und bietet eine alternative Perspektive auf intime Interaktionen und die Dynamik physischer und emotionaler Verbindung innerhalb von Beziehungen. Sie hebt die nuancierte Natur sexueller Zufriedenheit hervor und deutet darauf hin, dass verschiedene Formen der Intimität zur allgemeinen Beziehungsglücklichkeit und Zufriedenheit beitragen können. Diese Erkenntnisse über den Einfluss von Accessoires auf Attraktivität, Vorlieben im sexuellen Verhalten und alternative Perspektiven auf sexuelles Vergnügen vertiefen unser Verständnis menschlicher Beziehungen und Sexualität. Sie verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel von individuellen Vorlieben, kulturellen Normen und psychologischen Faktoren bei der Gestaltung intimer Interaktionen und Wahrnehmungen von Intimität. Durch die Erkundung dieser Aspekte gewinnen wir eine reichere Wertschätzung für die vielfältigen Wege, wie externe und interne Faktoren die Dynamik menschlicher Anziehung und sexueller Beziehungen beeinflussen. Es wird geschätzt, dass etwa eine von 50 Frauen ein zusätzliches Brustwarzenpaar besitzt eine faszinierende biologische Variation, die zur komplexen Vielfalt der menschlichen Anatomie und Genetik beiträgt. Diese interessante Tatsache unterstreicht die enorme Vielfalt innerhalb menschlicher Körper und hebt die einzigartigen Variationen und Anomalien hervor, die bei Individuen auftreten. Sie erinnert an die faszinierenden Feinheiten und Überraschungen der menschlichen Biologie, bei der selbst scheinbar kleine Unterschiede zum reichen Geflecht menschlicher Variation beitragen. Die Vorstellung, dass Frauen möglicherweise mehr Sex begehren als Männer, ist ein faszinierender Aspekt der menschlichen Sexualität, der bedeutende Debatten und Erkundungen ausgelöst hat. Während gesellschaftliche Normen oft Männer als sexuell antriebsfohler darstellen, stellt aktuelle Forschung diese Wahrnehmung in Frage. Studien liegen nahe, dass Frauen ebenso intensive, wenn nicht sogar stärkere Wünsche nach sexueller Intimität hegen könnten. Dieses sich entwickelnde Verständnis beleuchtet die Komplexität sexuellen Verlangens und die vielfältigen Arten, wie es sich über Geschlechter hinweg manifestiert, und fordert Stereotap-Vorstellungen heraus, während es unser Verständnis von sexuellem Verhalten und Motivation erweitert. Im Bereich der Beziehungsdynamik kann die Entscheidung, nackt zu schlafen, als aufschlussreicher Indikator für Selbstbewusstsein und Intimität dienen. Frauen, die sich entscheiden, nackt mit ihrem Partner zu schlafen, zeigen oft ein höheres Maß an Komfort und Vertrauen innerhalb ihrer Beziehungen. Diese Praxis fördert eine tiefere Verbindung und Verwundbarkeit zwischen Partnern und schafft ein förderliches Umfeld für offene Kommunikation und emotionale Intimität. Sie symbolisiert ein Maß an gegenseitiger Akzeptanz und körperlicher Nähe, das die Beziehungserfüllung erhöht und Gefühle von Sicherheit und Nähe verstärkt. Diese Einblicke in biologische Variationen, sexuelles Verlangen und Beziehungsdynamiken erweitern unser Verständnis von menschlicher Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel von Biologie, Psychologie und sozialen Normen bei der Gestaltung individueller Erfahrungen und Wahrnehmungen in intimen Kontexten. Durch die Erkundung dieser Aspekte gewinnen wir eine tiefere Wertschätzung für die vielfältigen Ausdrucksformen menschlicher Sexualität und die facettenreiche Dynamik, die zu persönlicher und relationaler Erfüllung beiträgt. Ein Blick auf historische Praktiken bietet faszinierende Einblicke in kulturelle Einstellungen zur Sexualität und Fortpflanzung. Im antiken China glaubte man, dass der Verzehr von Substanzen wie Quecksilber oder Blei nach dem Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern könnte. Diese Praxis spiegelte ein primitives Verständnis von Verhütungsmethoden wider. Doch die düstere Realität offenbarte eine ganz andere Konsequenz, diese giftigen Substanzen führten häufig zu schweren Folgen wie Sterilität oder sogar zum Tod, was die gefährlichen Konsequenzen uninformerter Verhütungspraktiken in der Antike unterstreicht. Diese historische Perspektive hebt die Risiken früher Versuche der Geburtenkontrolle hervor und dient als Erinnerung an die fortwährende Weiterentwicklung unseres Verständnisses und Ansatzes zur reproduktiven Gesundheit. Die Erkundung der Feinheiten weiblicher sexueller Reaktionen offenbart interessante Einblicke in Erregung und Höhepunkt. Viele Frauen berichten von Verzöberungen beim Erreichen des Orgasmus während solosexueller Aktivitäten im Vergleich zu ihren männlichen Gegenstücken. Diese Diskrepanz in der Orgasmuszeit unterstreicht die unterschiedlichen Wege zur sexuellen Zufriedenheit und betont die Bedeutung der Anerkennung individueller Unterschiede in der sexuellen Reaktion. Sie stellt Stereotypen über sexuelle Leistung in Frage und hebt die Wichtigkeit maßgeschneiderte Ansätze zur sexuellen Gesundheit und Zufriedenheit für Männer und Frauen hervor. Diese historischen und physiologischen Perspektiven vertiefen unser Verständnis von menschlicher Sexualität und reproduktiver Gesundheit über Kulturen und Geschlechter hinweg. Sie verdeutlichen die Komplexität sexueller Praktiken, Einstellungen und Überzeugungen im Verlauf der Geschichte und in der zeitgenössischen Gesellschaft. Durch die Erkundung dieser Facetten gewinnen wir wertvolle Einblicke in die vielfältigen Ausdrucksformen menschlicher Sexualität und die fortwährende Evolution unseres Wissens und unserer Praktiken im Bereich sexueller Gesundheit und Wohlbefinden. Forschungsbefunde zeigen, dass Frauen in der Regel mindestens 15 Minuten anhaltender und geeigneter Stimulation benötigen, um zum Orgasmus zu gelangen. Diese Beobachtung unterstreicht die Bedeutung von Geduld, Verständnis und Aufmerksamkeit in sexuellen Begegnungen und betont die Notwendigkeit für Partner, gegenseitiges Vergnügen und Zufriedenheit in den Mittelpunkt zu stellen. Durch das Anerkennen und Reagieren auf individuelle sexuelle Rhythmen und Vorlieben können Paare eine Umgebung schaffen, die Intimität und Erfüllung fördert und die allgemeine Beziehungszufriedenheit steigert. Weiterführende Untersuchungen zur weiblichen sexuellen Reaktion enthüllen faszinierende Dynamiken im Zusammenhang mit Techniken zur Auslösung der weiblichen Ejakulation. Eine häufig beobachtete Methode umfasst die manuelle Stimulation des Anus während des Geschlechtsverkehrs, oft praktiziert in Positionen wie dem Rundestil. Diese Technik ist bekannt für ihre Fähigkeit, intensive sexuelle Lust zu erzeugen, und wird häufig mit der Freisetzung von Flüssigkeit in Zusammenhang gebracht, die in Aussehen und Konsistenz dem Orwin ähnelt. Während die genaue Zusammensetzung und Herkunft dieser Flüssigkeit weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sind, tritt ihre Abgabe typischerweise mit erhöhter Erregung und orgasmischem Höhepunkt bei Frauen auf. Das Phänomen der weiblichen Ejakulation hebt nicht nur die Vielfalt sexueller Erfahrungen und Reaktionen hervor, sondern verdeutlicht auch die Komplexität der weiblichen Anatomie und sexuellen Lust. Es stellt traditionelle Ansichten über sexuelle Ausdrucksformen in Frage und fördert ein umfassenderes Verständnis der Mechanismen, die der weiblichen Orgasmus zugrunde liegen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die weibliche Ejakulation möglicherweise die Abgabe von Flüssigkeit aus den Skenedrüsen, die sich in der Nähe der Harnröhre befinden und eine Rolle bei der sexuellen Reaktion und Schmierung spielen sollen, beinhalten könnte. Das Verständnis dieser Feinheiten trägt zu einer umfassenderen Sicht auf die menschliche Sexualität bei und erkennt die Variabilität und Individualität sexueller Vorlieben und Reaktionen an. Es fördert offene Kommunikation und Erkundung innerhalb intimer Beziehungen und unterstützt eine tiefere Verbindung und gegenseitige Zufriedenheit. Durch das Anerkennen der Komplexität weiblicher sexueller Anatomie und Reaktion können Individuen und paaresexuelle Erfahrungen mit Sensibilität, Respekt und einem Engagement für gemeinsames Vergnügen und Intimität gestalten. Stoizismus ist eine Philosophie, die dazu ermutigt, Aspekte des Lebens, einschließlich Sexualität und Schönheit, mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einem Fokus auf innere Tugend statt auf äußere Wünsche zu betrachten. Die Stoiker glauben, dass Individuen durch die Praxis der Selbstkontrolle und das Kultivieren tugendhafter Eigenschaften ein tieferes Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit erreichen können. Dieser Ansatz stellt die Betonung auf äußere Bestätigung und vorübergehende Vergnügungen in Frage und plädiert für eine prinzipiengelettete und ausgebobene Perspektive auf persönliches Wohlbefinden und ethisches Verhalten. In Bezug auf die männliche Sexualphysiologie ist bemerkenswert, dass Männer unter 40 Jahren typischerweise innerhalb von etwa 10 Sekunden eine vollständige Erektion erreichen. Diese schnelle Reaktion verdeutlicht die Effizienz des männlichen Fortpflanzungssystems bei der Vorbereitung auf sexuelle Aktivität und spiegelt die komplexen Mechanismen wider, die bei der männlichen sexuellen Funktion und Bereitschaft eine Rolle spielen. Zur Entkräftung von Missverständnissen über sicherere Sexpraktiken ist es wichtig, den Glauben auszuräumen, dass die Verwendung von zwei Kondomen einen besseren Schutz gegen Risse oder Brüche bietet. Entgegen der weit verbreiteten Meinung erhöht das Übereinanderlegen von Kondomen das Risiko von Rissen durch die Reibung zwischen den beiden Schichten Latex. Dieses Missverständnis hebt die Bedeutung hervor, evidenzbasierte Empfehlungen für die effektive Verwendung von Kondomen zu befolgen. Eine korrekte Anwendung und Lagerung sind entscheidend, um optimalen Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen und unbeabsichtigten Schwangerschaften zu gewährleisten und betonen die Bedeutung informierter Entscheidungen und verantwortungsvoller sexueller Gesundheitspraktiken. Diese Einblicke in die stoische Philosophie, männliche Sexualphysiologie und sicherere Sexpraktiken vertiefen unser Verständnis menschlichen Verhaltens und der Gesundheit. Sie fördern einen ausgebogenen Ansatz zur persönlichen Entwicklung und sexuellen Wohlbefinden, indem sie Achtsamkeit, informierte Entscheidungen und Respekt für sich selbst und andere in intimen Beziehungen betonen. Durch die Integration dieser Perspektiven können Individuen persönliche und soziale Komplexitäten mit größerer Resilienz, Integrität und Zufriedenheit bewältigen. In Bezug auf romantische Anziehung ist es ein weit verbreitetes Phänomen, dass Frauen oft eine Präferenz für Männer zeigen, die älter erscheinen als ihre jüngeren Altersgenossen. Diese Neigung beruht auf der Wahrnehmung, dass ältere Männer typischerweise als verantwortungsbewusster und fähiger angesehen werden, Fliege und Stabilität nicht nur für sich selbst, sondern auch für potenzielle Nachkommen zu bieten. Diese Präferenz unterstreicht die Bedeutung von wahrgenommener Reife, Lebenserfahrung und Zuverlässigkeit bei der Formung romantischer Interessen und Beziehungsauswahl von Frauen, was kulturelle Normen und evolutionäre Perspektiven zur Partnerwahl widerspiegelt. Eine Erweiterung der Dynamik romantischer Beziehungen zeigen Forschungen der Universität von Kalifornien auf, die die Korrelation zwischen Haushaltsverantwortung und sexueller Zufriedenheit beleuchten. Ihren Ergebnissen zufolge erleben Männer, die aktiv im Haushalt mitarbeiten und Verantwortung übernehmen, eine deutliche Steigerung der sexuellen Aktivität im Vergleich zu denen, die sich nicht an solchen Aufgaben beteiligen. Diese faszinierende Entdeckung unterstreicht die Bedeutung geteilter Verantwortung und gerechter Beiträge in intimen Partnerschaften. Durch das Teilen der Lasten im Haushalt fördern Paare ein Gefühl von gegenseitigem Respekt, Zusammenarbeit und Wertschätzung, das traditionelle Geschlechterrollen übersteigt. Diese gegenseitige Investition in Haushaltsaufgaben steigert nicht nur die Beziehungssatisfaktion, sondern trägt auch zu einem gesünderen und harmonischeren häuslichen Umfeld bei, in dem sich beide Partner in ihren jeweiligen Rollen wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Diese Einblicke in romantische Anziehung und Beziehungskomplexe bieten ein nuanciertes Verständnis dafür, wie Wahrnehmungen von reife und geteilten Verantwortungen Partnerpräferenzen und Beziehungsergebnisse beeinflussen. Sie unterstreichen das komplexe Zusammenspiel von kulturellen Erwartungen, persönlichen Werten und evolutionären Instinkten bei der Gestaltung intimer Verbindungen und der Förderung langfristigen Beziehungserfolgs. Durch das Erkennen und Wertschätzen dieser Faktoren können Individuen und Paare romantische Beziehungen mit größerem Einfühlungsvermögen, Verständnis und gegenseitiger Erfüllung navigieren. Über Jahrtausende hinweg haben Männer eine angeborene Neigung entwickelt, sich zu bestimmten körperlichen Merkmalen bei Frauen hingezogen zu fühlen, die als Indikatoren für die Fortpflanzungsfähigkeit dienen. Diese Merkmale, wie große Brüste, eine schmale Taille und volle Hüften, werden als Zeichen für Jugendlichkeit, Vitalität und allgemeine Gesundheit wahrgenommen. Aus einer evolutionären Perspektive deuten diese Eigenschaften auf eine höhere Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Fortpflanzung und die Weitergabe der eigenen Gene an zukünftige Generationen hin. Diese Perspektive beleuchtet die unbewussten Mechanismen, die männliche Anziehung zu Frauen mit diesen spezifischen körperlichen Attributen antreiben. Zum Beispiel werden große Brüste oft mit einer ausreichenden Milchproduktion während der Stillzeit assoziiert, was für die Ernährung und das Überleben des Säuglings in der menschlichen Geschichte von entscheidender Bedeutung war. Ebenso deutet eine schmale Taille und volle Hüften auf eine optimale reproduktive Gesundheit hin, was eine günstige Verteilung des Körperfetts und die Fähigkeit zur erfolgreichen Geburt suggeriert. Diese körperlichen Merkmale symbolisieren Fruchtbarkeit und vermitteln bedeutende soziokulturelle Botschaften über Weiblichkeit und Attraktivität. In verschiedenen Gesellschaften wurden Frauen mit Sandorfiguren historisch als Paradigmen der Schönheit und Begehrenswertigkeit verehrt, was die evolutionäre Prädisposition für bestimmte Körpertypen verstärkt. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass zeitgenössische Einstellungen zur sexuellen Zufriedenheit vielschichtig sind und über rein physische Überlegungen hinausgehen. Trotz der evolutionären Anziehung zu bestimmten körperlichen Merkmalen äußern viele Frauen Unzufriedenheit mit der Häufigkeit oder Qualität ihrer sexuellen Erfahrungen. Diese Unzufriedenheit unterstreicht die Komplexität der menschlichen Sexualität und betont die Bedeutung emotionaler Verbindung, gegenseitigen Respekts und Kommunikation innerhalb intimer Beziehungen. Während evolutionäre Kräfte die anfängliche Anziehung beeinflussen können, entsteht wahre sexuelle Erfüllung aus tiefergehenden emotionalen Verbindungen und geteilte Intimität. Das Verstehen und Angehen dieser vielfältigen Bedürfnisse und Wünsche ist entscheidend für die Kultivierung gesunder und befriedigender Beziehungen, die oberflächliche Erscheinungen übertreffen und die komplexe Natur der menschlichen Sexualität ehren. Durch die Priorisierung gegenseitigen Verständnisses und Respekts können Individuen Beziehungen pflegen, die echte Intimität und Erfüllung fördern, was einen ganzheitlichen Ansatz für sexuelles und emotionales Wohlbefinden widerspiegelt. Die Klitoris, oft als das Zentrum weiblicher sexueller Lust bezeichnet, beißt eine erstaunliche Konzentration an Nervenenden auf. Sie ist mit etwa 9000 hochsensiblen Nervenenden ausgestattet, was doppelt so viele sind wie im Penis. Diese Fülle an Nervenenden unterstreicht die zentrale Rolle der Klitoris als primäres Organ für sexuelle Erregung und Empfindung bei Frauen. Sie ist in der Lage, intensive Lust zu erzeugen und den Orgasmus zu erleichtern, was sie zu einem wesentlichen Fokus beim Verständnis weiblicher sexueller Anatomie und Freude macht. Ein weiteres faszinierendes Merkmal der weiblichen Anatomie liegt in der bemerkenswerten Fähigkeit der Vagina, sich während der sexuellen Erregung auszudehnen. Während die durchschnittliche Länge der Vagina im unerregten Zustand zwischen 3 und 4 cm liegt, besitzt sie die außergewöhnliche Fähigkeit, sich bei Stimulation und Blutstauung bis auf das Doppelte ihrer Größe auszudehnen. Diese bemerkenswerte Elastizität ermöglicht es der Vagina, verschiedene Größen und Formen von Penissen, Sexspielzeugen oder anderen Objekten während des Geschlechtsverkehrs oder der Penetration bequem aufzunehmen. Diese Anpassungsfähigkeit hebt die dynamische Natur der weiblichen sexuellen Anatomie hervor und ihre Fähigkeit, angenehme und befriedigende sexuelle Erfahrungen zu ermöglichen. Darüber hinaus hat die wissenschaftliche Forschung die tiefgreifenden Auswirkungen zufriedenstellender sexueller Erfahrungen auf die Lustzentren im Gehirn aufgezeigt. Studien haben gezeigt, dass angenehme sexuelle Aktivitäten die Aktivierung bestimmter Hirnregionen auslösen, die mit Lust und Belohnung assoziiert sind. Diese neuronale Reaktion unterstreicht den tiefgreifenden Einfluss sexueller Freude auf sowohl die physischen als auch die psychologischen Aspekte menschlicher Sexualität. Sie betont die Vernetzung von körperlichen Empfindungen, emotionalen Reaktionen und kognitiven Prozessen, die an sexueller Erregung und Befriedigung beteiligt sind. Durch das Verständnis und die Wertschätzung dieser komplexen Aspekte weiblicher sexueller Anatomie und Freude können Individuen ein tieferes Verständnis für sexuelle Gesundheit und Intimität entwickeln. Dieses Wissen fördert einen ganzheitlichen Ansatz für sexuelles Wohlbefinden und unterstützt Beziehungen, die gegenseitige Freude, Kommunikation und emotionale Verbindung priorisieren. Die komplexe Anatomie und Physiologie der Klitoris und der Vagina sind grundlegend für die sexuellen Erfahrungen und das Vergnügen von Frauen. Das weibliche Fortpflanzungssystem ist fein abgestimmt, um auf sexuelle Stimulation und Erregung zu reagieren, was sich durch das dichte Netzwerk von Nervenenden in der Klitoris und die bemerkenswerte Flexibilität der Vagina zeigt. Diese anatomischen Merkmale verdeutlichen die komplexen Mechanismen, die zu sexuellem Vergnügen und Zufriedenheit beitragen, und lieben die Bedeutung des Verständnisses und der Wertschätzung der weiblichen sexuellen Anatomie hervor. Neben den physischen Aspekten betonen die neurologischen Effekte sexueller Freude deren tiefgreifenden Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden und die emotionale Zufriedenheit. Der Stoizismus plädiert dafür, Sex und Schönheit mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einem Fokus auf innere Tugend statt auf äußere Wünsche zu betrachten. Durch das Üben von Selbstkontrolle und die Kultivierung tugendhafter Eigenschaften schlägt der Stoizismus vor, dass Individuen tiefere Erfüllung und Zufriedenheit in ihrem Leben erreichen können, indem sie ihr persönliches Verhalten mit ethischen Prinzipien in Einklang bringen. Im Gegensatz dazu ist die Ursprungsgeschichte von Kelloggs Kornflakes eng mit den exzentrischen Überzeugungen ihres Schöpfers in Bezug auf Sexualität und Ernährung verbunden. John Harvey Kellogg, ein wegweisender Ernährungswissenschaftler, vertrat starke Ansichten gegen Masturbation. Er glaubte, dass eine Ernährung, die aus fade und reizlosen Lebensmitteln wie Kornflakes bestand, dazu beitragen könnte, sexuelle Begierden zu unterdrücken und das, was er als unmoralisches Verhalten ansah, zu verhindern. Kelloggs Ablehnung der Masturbation rührte von seinem puritanischen Ansatz zur Gesundheit her, bei dem Selbstbefriedigung als schädlich und moralisch verwerflich angesehen wurde. Er schrieb verschiedene körperliche und geistige Beschwerden der Praxis zu und befürwortete dietetische und lebensstilbedingte Gewohnheiten, die darauf abzielten, sexuelle Gedanken und Verhaltensweisen zu unterdrücken. Kelloggs Befürwortung von schlichten und wenig appetitlichen Lebensmitteln wie Kornflakes war Teil einer breiteren Kampagne zur Förderung der Gesundheit durch Abstinenz von genussvollen Vergnügungen. Seine Überzeugungen prägten die Einstellungen der frühen 20. Jahrhunderts gegenüber sexuellem Verhalten und dietetischen Praktiken und beeinflussten die populären Wahrnehmungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Gesundheit und Moral. Trotz der umstrittenen Natur seiner Ideen spiegelt Kelloggs Erbe die Schnittstelle von Gesundheit, Moral und persönlichem Verhalten bei der Formung gesellschaftlicher Normen und individueller Praktiken wieder. Die Schnittstelle zwischen Sexualität und Arbeitsplatz ist ein bedeutendes Thema in der modernen Diskussion, doch historische Aufzeichnungen zeigen, dass sexuelle Interaktionen und Gespräche schon lange in beruflichen Umfeldern präsent sind. In England zum Beispiel zeigt eine überraschende Statistik, dass 90 Prozent der Erwachsenen irgendeine Form von sexueller Interaktion am Arbeitsplatz anerkennen. Diese Erkenntnis beleuchtet die komplexen Dynamiken der menschlichen Sexualität und sozialen Interaktion und verdeutlicht, wie persönliche und berufliche Sphären durchflirtendes Geplänkel, heimliche Romanzen oder direkte Reformen sexuellen Verhaltens miteinander verflochten sind. Trotz gesellschaftlicher Normen und Tabus rund um Arbeitsplatzinteraktionen hat sich der Arbeitsplatz historisch als Ort für vielfältige Ausdrucksformen menschlicher Sexualität erwiesen. Zusätzlich bieten die physiologischen Veränderungen im weiblichen Körper während der Menopause tiefere Einblicke in die Komplexität der weiblichen sexuellen Anatomie. Eine bedeutende Veränderung betrifft die Klitoris, ein zentrales Organ des weiblichen sexuellen Vergnügens. Nach der Menopause können hormonelle Schwankungen zu erheblichen Veränderungen in der Größe und Sensibilität der Klitoris führen. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Klitoris in dieser Phase bis zu 2,5 Mal größer werden kann als in den Teenagerjahren einer Frau. Diese Veränderung unterstreicht den tiefgreifenden Einfluss hormoneller Verschiebungen auf die sexuelle Gesundheit und Funktion von Frauen und betont die Notwendigkeit, die einzigartigen Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen in verschiedenen Lebensphasen zu verstehen und zu adressieren. Effektive Kommunikation ist entscheidend für gesunde Beziehungen, insbesondere in Bezug auf intime Themen wie sexuelle Vorlieben und Wünsche. Dennoch zeigt die Forschung eine auffällige Statistik, etwa 85 Prozent der Paare in den Vereinigten Staaten vernachlässigen es, offen über die sexuellen Vorlieben des Partners zu sprechen. Dieses Fehlen an Kommunikation kann zu Gefühlen von sexueller Langeweile und Unzufriedenheit in der Beziehung führen, da Partner möglicherweise nicht über die Bedürfnisse und Wünsche des anderen informiert sind. Eine offene und ehrliche Kommunikation über sexuelle Intimität kann ein besseres Verständnis, eine tiefere emotionale Verbindung und gegenseitige Zufriedenheit in Beziehungen fördern und so eine erfüllendere Partnerschaft insgesamt unterstützen. Darüber hinaus kann die Bedeutung sexueller Kompatibilität und Partnerwahl im Kontext romantischer Beziehungen nicht genug betont werden. Umfragen weltweit zeigen konsequent, dass etwa 97 Prozent der Frauen bei der Überlegung zu einer langfristigen Beziehung oder Verpflichtung die sexuelle Leistung eines potenziellen Partners priorisieren. Diese Statistik unterstreicht die zentrale Rolle von sexueller Chemie und Zufriedenheit beim Aufbau emotionaler Verbindung, Vertrauen und Beziehungslanglebigkeit und verdeutlicht, wie integrativ sexuelle Kompatibilität für die allgemeine Beziehungserfüllung ist. Das vertiefte Verständnis der weiblichen sexuellen Reaktion zeigt, dass die Klitoris eine zentrale Rolle bei der Suche nach sexuellem Vergnügen spielt. Bei effektiver Stimulation kann die Klitoris zu einem spezifischen Orgasmus führen, der als klitoraler Orgasmus bekannt ist. Im Gegensatz zu anderen Arten von Orgasmen, wie vaginalen oder gemischten Orgasmen, sind klitorale Orgasmen durch eine Serie rhythmischer Kontraktionen gekennzeichnet, die typischerweise 5 bis 15 Kontraktionen umfassen und jeweils 10 bis 30 Sekunden dauern. Das Verständnis dieser Nuancen der weiblichen sexuellen Reaktion, einschließlich der Feinheiten der klitoralen Stimulation und des Orgasmus, ist entscheidend für die Förderung sexueller Zufriedenheit und Erfüllung innerhalb intimer Beziehungen und für die Steigerung gegenseitigen Vergnügens und Intimität. Untersuchungen zur weiblichen Sexualität haben faszinierende Verbindungen zwischen sexuellem Verhalten und allgemeinen Gesundheitsmerkmalen aufgezeigt. Forschungen zeigen, dass Frauen, die regelmäßig Masturbation praktizieren, möglicherweise ihr Risiko, an Typ 2 Diabetes zu erkranken, senken können. Diese Erkenntnis verdeutlicht das komplexe Zusammenspiel zwischen sexueller Aktivität, hormoneller Regulation und metabolischer Gesundheit und deutet darauf hin, dass sexuelle Verhaltensweisen spürbare Auswirkungen auf die systemische Physiologie haben können, die über unmittelbares Vergnügen hinausgehen. Im Zentrum der Diskussion über die weibliche sexuelle Reaktion steht das Phänomen des Orgasmus, der Gipfel sexuellen Vergnügens und physiologischer Erregung. Während des Orgasmus durchläuft der Körper einer Frau eine Kaskade neurochemischer Veränderungen, einschließlich der Freisetzung von Endorphinen oft als Glückshormone, bezeichnet. Endorphine wirken als starke Neurotransmitter, die natürliche Schmerzlinderung bieten, Stresslevel senken und Gefühle von Euphorie und Zufriedenheit hervorrufen. Diese neurochemische Freisetzung trägt erheblich zu einem allgemeinen Wohlbefinden und Freude bei und verdeutlicht den tiefgreifenden Einfluss sexuellen Vergnügens auf die körperliche und emotionale Gesundheit. Durch das Anerkennen und Erforschen dieser komplexen Aspekte der weiblichen sexuellen Anatomie, Reaktion und Gesundheit können Individuen ein tieferes Verständnis für sexuelles Wohlbefinden und Zufriedenheit entwickeln. Dieses Wissen fördert nicht nur gesündere und erfüllendere intime Beziehungen, sondern unterstreicht auch die umfassenderen Auswirkungen sexuellen Vergnügens auf die ganzheitliche Gesundheit und das Wohlbefinden im Laufe des Lebens. Über ihre Rolle bei der Linderung körperlicher Beschwerden hinaus spielen Endorphine auch eine entscheidende Rolle bei der Modulation von Stimmung und emotionalen Zuständen. Diese Neurotransmitter bieten tiefgreifende Erleichterung von Stress, Angst und anderen negativen Emotionen und heben das therapeutische Potenzial sexueller Aktivitäten als natürlichen und ganzheitlichen Ansatz zur Förderung des geistigen und emotionalen Wohlbefindens hervor. Darüber hinaus reichen die Vorteile der Endorphenausschüttung über unmittelbare physiologische Effekte hinaus und können langfristige Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und Resilienz haben. Indem sie Gefühle von Glück und Zufriedenheit fördern, könnten Endorphine zu einer größeren allgemeinen Resilienz gegenüber Stress und Widrigkeiten beitragen, wodurch die Fähigkeit der Menschen gestärkt wird, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und emotionale Stabilität zu bewahren. Die Freisetzung von Endorphinen während des Orgasmus stellt einen mächtigen Mechanismus dar, durch den sexuelle Aktivität sowohl das körperliche als auch das emotionale Wohlbefinden positiv beeinflussen kann. Indem wir die Freuden sexueller Ausdrucksformen annehmen und feiern, können Individuen das therapeutische Potenzial der Endorphenausschüttung nutzen, um ein erfüllteres und freudvolleres Leben zu führen. Der Stoizismus, der Wert auf Mäßigung, Selbstdisziplin und innere Tugend anstelle äußerer Wünsche liegt, bietet einen philosophischen Rahmen für den Umgang mit Sexualität und Schönheit. Durch das Üben von Selbstkontrolle und die Kultivierung tugendhafter Eigenschaften glauben Stoiker, dass Individuen ein tieferes Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit in ihrem Leben erreichen können, indem sie ihr persönliches Verhalten mit ethischen Prinzipien in Einklang bringen. Abschließend laden wir Sie ein, über die Erkenntnisse aus dieser Diskussion nachzudenken. Was haben Sie über die Komplexität der menschlichen Sexualität und ihren tiefgreifenden Einfluss auf unsere körperliche und emotionale Gesundheit gelernt? Wir ermutigen Sie, eine Sache, die Sie gelernt haben, zu teilen und zu überlegen, wie Sie diese in Ihr Leben integrieren können, sei es durch die Priorisierung offener Kommunikation in Ihren Beziehungen, das Nutzen der therapeutischen Vorteile sexuellen Vergnügens oder das Erkennen der tiefgreifenden Auswirkungen von Endorphinen auf Stimmung und Resilienz. Jede Erkenntnis bietet eine Gelegenheit für persönliches Wachstum und Selbstentdeckung. Wenn Sie diese Diskussion informativ und zum Nachdenken anregend fanden, schätzen wir Ihr Feedback. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Gedanken in den Kommentaren unten zu teilen. Ihre Meinung ist für uns von unschätzbarem Wert, während wir uns bemühen, aufschlussreiche Inhalte zu bieten, die eine Vielzahl von Themen abdecken, von Gesundheit und Wohlbefinden bis hin zu Beziehungen und darüber hinaus. Vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu teilen und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um mehr fesselnde und informative Inhalte zu erhalten. Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, weiterhin Wissen zu erkunden und zu teilen, das Leben bereichert und ein tieferes Verständnis fördert. Die Zusammenfassung lautet 1. Evolutionäre Perspektive auf Anziehung Unsere Untersuchung der Anziehung aus einer evolutionären Perspektive zeigt, wie männliche Präferenzen für bestimmte körperliche Merkmale bei Frauen, wie große Brüste, eine schmale Taille und volle Hüften, durch evolutionäre Faktoren beeinflusst werden. Diese Merkmale werden oft als Indikatoren für Fortpflanzungspotenzial und Gesundheit wahrgenommen und prägen das Partnerwahlverhalten über Kulturen und Epochen hinweg. 2. Komplexität der menschlichen Sexualität Trotz dieser evolutionären Einflüsse berichten viele Frauen von Unzufriedenheit mit ihren sexuellen Erfahrungen. Dies unterstreicht die Komplexität der menschlichen Sexualität, bei der emotionale Verbindung, gegenseitiger Respekt und effektive Kommunikation entscheidende Rollen bei der Förderung erfüllende Intima-Beziehungen spielen. Neben physischen Attributen haben die emotionalen und psychologischen Dimensionen sexueller Interaktionen tiefgreifende Auswirkungen auf die Zufriedenheit und die Qualität der Beziehung. 3. Weibliche Sexualanatomie und Reaktion Ein tieferes Verständnis der weiblichen Sexualanatomie, einschließlich der Sensibilität und Flexibilität von Organen wie der Klitoris und der Vagina, ist entscheidend für die Steigerung von sexuellem Vergnügen und Zufriedenheit. Die Anerkennung der Variabilität der sexuellen Reaktion bei Frauen verdeutlicht die Notwendigkeit individueller Ansätze für sexuelle Gesundheit und Vergnügen. 4. Hormonelle Veränderungen in der sexuellen Gesundheit, hormonelle Schwankungen, insbesondere während der Menopause, können die sexuelle Gesundheit von Frauen erheblich beeinflussen. Veränderungen in der Größe und Sensibilität der Klitoris verdeutlichen die Bedeutung maßgeschneiderte Interventionen, die die einzigartigen physiologischen Bedürfnisse von Frauen in verschiedenen Lebensphasen ansprechen. Umfassende sexuelle Gesundheitsversorgung sollte das Bewusstsein für die Auswirkungen von Hormonen auf die sexuelle Funktion integrieren, um das allgemeine Wohlbefinden der Frauen zu unterstützen. 5. Bedeutung der Kommunikation. Effektive Kommunikation über sexuelle Vorlieben, Wünsche und Grenzen ist grundlegend, um sexuelle Unzufriedenheit zu verhindern und Intimität in Beziehungen zu fördern. Offener Dialog stärkt das Vertrauen, das gegenseitige Verständnis und die Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse des Partners und bereichert die emotionale Verbindung und die Zufriedenheit aus sexuellen Interaktionen. 6. Sexuelle Kompatibilität. Für viele Frauen beeinflussen sexuelle Chemie und Kompatibilität erheblich die Dauerhaftigkeit und Zufriedenheit von Beziehungen. Das Verständnis und die Berücksichtigung von Unterschieden in sexuellen Vorlieben, Wünschen und Rhythmen können eine langanhaltende Intimität und Erfüllung in langfristigen Partnerschaften fördern. Das Erkennen der dynamischen Natur sexueller Kompatibilität unterstreicht ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung gesunder und zufriedenstellender Beziehungen über die Zeit. 7. Endorphinausschüttung beim Orgasmus. Die Ausschüttung von Endorphinen während des Orgasmus ist ein wesentlicher physiologischer Prozess, der nicht nur körperliches Vergnügen fördert, sondern auch erheblich zum emotionalen Wohlbefinden beiträgt. Endorphine wirken als natürliche Schmerzmittel, reduzieren Stresslevels und erzeugen Gefühle von Euphorie, wodurch die allgemeine Stimmung verbessert und ein Gefühl von Entspannung und Zufriedenheit gefördert wird. 8. Therapeutisches Potenzial sexueller Aktivität. Das Erleben sexueller Freude und die damit verbundene Endorphinausschüttung können tiefgreifende therapeutische Vorteile für die psychische Gesundheit haben. Regelmäßige sexuelle Aktivitäten wurden mit einer verbesserten Stimmungskontrolle, erhöhter Stressresilienz und einer gesteigerten allgemeinen Lebenszufriedenheit in Verbindung gebracht. Indem man die positiven Effekte sexueller Freude anerkennt und priorisiert, können Individuen ein freudigeres und erfüllteres Leben kultivieren. 9. Stoische Perspektive auf Sex und Schönheit. Die philosophische Tradition des Stoizismus ermutigt dazu, Sex und Schönheit mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einem Fokus auf innere Tugend zu betrachten. Durch die Kultivierung einer ausgewogenen Perspektive und die Priorisierung persönlicher Entwicklung über flüchtige Wünsche fördert der Stoizismus tiefere Erfüllung und Zufriedenheit in intimen Beziehungen und im persönlichen Wohlbefinden. 10. Einladung zur Reflexion und Engagement. Wir laden die Zuschauer ein, über die in dieser Diskussion geteilten Erkenntnisse nachzudenken. Die Priorisierung offener Kommunikation in Beziehungen, das Erleben der therapeutischen Vorteile sexueller Freude und das Verständnis der Auswirkungen von Endorphinen auf Stimmung und Resilienz sind zentrale Erkenntnisse. Durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit diesen Themen können Individuen ihr Verständnis für menschliche Sexualität und deren tiefgreifenden Einfluss auf körperliche und emotionale Gesundheit vertiefen. Der Stoizismus ermutigt dazu, Sex und Schönheit mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einem Fokus auf innere Tugend statt auf äußere Wünsche zu betrachten. Durch die Praxis von Selbstkontrolle und das Entwickeln tugendhafter Eigenschaften glauben die Stoiker, dass man ein tieferes Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit im Leben erreichen kann. Bevor wir zum Schluss kommen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Video zu liken, wenn Sie es aufschlussreich fanden. Das hilft uns, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, ziehen Sie in Erwägung, unseren Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken, um über unsere neuesten Inhalte informiert zu bleiben. Wenn Sie die Erkenntnisse in diesem Video wertvoll fanden, lade ich Sie ein, mit der Nummer 1 zu kommentieren. Ihr Feedback ermutigt uns, mehr Inhalte zu erstellen, die Ihnen gefallen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, kommentieren Sie bitte mit der Nummer 0. Wir schätzen Ihre Rückmeldungen und streben danach, Ihr Seherlebnis zu verbessern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diese Reise durch die faszinierenden Verbindungen zwischen Sexualität, Gesundheit und Glück zu unternehmen. Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel.